Andreas Müller ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler und heutiger Funktionär. Karriere Er spielte von 1983 bis 2000 in insgesamt 338 Spielen in der Fußball-Bundesliga für den VfB Stuttgart, Hannover 96 und den FC Schalke 04. Mit dem VfB wurde er 1984 Deutscher Meister und mit Schalke gewann der Mittelfeldspieler 1997 den UEFA Cup. Außerdem erreichte er mit dem VfB Stuttgart das Finale um den DFB-Pokal 1986. Im Jahr 1991 gelang ihm zudem das Tor des Jahres. Nach seiner Karriere als Spieler stieg Müller ins Management des FC Schalke 04 ein und war dort ab dem Rücktritt von Rudi Assauer am 17. Mai 2006 als Manager tätig, bis er am 9. März 2009 beurlaubt wurde. Zum 1. Januar 2011 übernahm Müller 30% der Beraterfirma Goldski AG und wurde dort mit Wirkung zum 1. Juli 2011 auch in den Vorstand berufen. Im September 2012 wurde Müller Manager bei der TSG 1899 Hoffenheim. Am 2. April 2013 wurden er und Trainer Marco Kurz von ihren Aufgaben entbunden. Seit Januar 2014 ist er Nachfolger von Helmut Schulte als Sportdirektor von SK Rapid Wien.